servus glück auf und herzlich willkommen zur weitere fc bayern talk ja leute diesmal ziehen wir ein kleines hinrunden fazit ich blende das mal aus hier das brauchen wir nicht so das letzte spiel gegen vfl woichsburg ja ich bin da eigentlich so ein bisschen wie beim nagelsmann ich denke er hat sich in der letzten pressekonferenz also vor dem spiel gegen woichsburg schon gut zusammengefasst eigentlich haben wir eine super hinrunde gespielt ja wir haben die zwei ausreißer drin gehabt 3 aber warum wir gegen frankfurt verloren haben denke ich weiß keiner so genau ja selten so eine über überlegende mannschaft gesehen die dann spiel verliert in augsburg waren wir einfach schlecht und in glattbach waren wir einfach unterirdisch ja da sind wir zu recht aus dem pokal ausgeschieden völlig zu recht ansonsten ja haben wir sehr sehr gute spiele gesehen gerade so in der anfangsphase beziehungs was heißt in der anfangsphase so in der mittleren saisonphase haben wir sehr sehr gute spiele gemacht haben die gegner teilweise auseinander genommen haben torchancen ohne ende kreiert jetzt die letzten spiele ja die letzten drei vier wochen hat man denke ich gesehen dass einfach die kraft nicht mehr so da war um das so durchzuziehen was auch absolut kein vorwurf ist und völlig menschlich ist und trotzdem haben wir die spiele gewonnen trotzdem haben wir dortmund besiegt wir haben das muss man halt auch erstmal abliefern ja sehr beeindruckend was mir sehr gut gefällt habe ich ja auch schon mal am anfang so nach den ersten drei vier spieltagen angemerkt ist dass man es schon die handschrift sieht vom nagelsmann ist jetzt gerade so ein halbes jahr da aber man sieht dass wir viel variabler sind ja dass wir halt viel mehr über die halbposition spielen was gerade in sané sehr zugutekommt was aber auch müller zugutekommt der da sich da rumtummelt was auch noch im salar noch mehr zugutekommen wird in zukunft wo sich ein knabry zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen schwerer tut genauso wie so ein komon sich vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen schwerer getan hat beziehungsweise komon ist ja dann eher dann der der auf dem flügel klebt mehr ist ja so dass wir teilweise rechts dann mit dem richtigen außen spielen und links damit mit dem sané der mehr so ja im halbfeld ist und dafür dann von sie der ist der der die linken links oßen spielt und linker verteidiger jetzt quasi zwei in ein und dann machen wir geben hinten hat in der defensive meistens auch eine dreier kette über was auch ein paar war zugutekommt weil er auch gefühlt gerne mal mehr in spielt und das klappt nahtlos kann man nicht anders sagen klar sind wir immer noch so ein bisschen konteranfällig und sowas aber über die position jetzt eigentlich weniger wenn dann war es meistens zumindest jetzt zum ende hin das problem in der mitte ja dass wir einfach nicht diesen defensiven sechser a la martinez haben sag ich mal oder dass halt der in verteidiger oder einer der in verteidiger dann nicht auf diese position mit raus rückt weil meistens spielen wir nur gegen ein stürmer und da muss er nicht unbedingt zwei in verteidiger gegen ein stürmer haben könnte auch der in verteidiger noch mit vorrücken ob das dann so taktisch irgendwie geplant ist oder geplant wird wird man sehen aber wie gesagt wir sind vorne viel variabler geworden wieder wir spielen wieder mehr durch die mitte wieder also wir spielen aktuell eigentlich so eine so eine mischi von von gardiola heinkes und flick würde ich sagen ja eigentlich so die perfekte mischung und dann gardiola war spiel durch die mitte spiel über zwei meter pässe kaum flanken kaum irgendwie ein kopfball über unter flick war es genau andersrum da haben wir hauptsächlich über flanken gespielt und der heinkes hat wieder so das gegenpressing eingeführt was im unteren gardiola jetzt relativ wenig hatten weil wir gefühlt immer 90 prozent ballbesitzer hatten und der nagelsmann ist seine philosophie kombiniert das alles wir sind richtig stark im gegenpressing also so stark wie wir noch nie waren finde ich ja es hat zwischenzeitlich ein bisschen gelitten das hat man gesehen weil wir nicht so die frische hatten jetzt zum ende hin aber auch heute wieder mega starkes gegenpressing von der gesamten mannschaft und nicht dann nur von 34 spielern die ich glaube ich aber auch ein bisschen daran dass dann keine fans da sind und die kommandos bei den mitspielern ein bisschen besser ankommen denke ich das spielte auch ein bisschen mit rein ja aber ansonsten sind wir einfach mega variabel wir können hinten auf dreier kette stellen wir können hinten auf vierer kette stellen wie gesagt von sie spielt meistens links außen komplett mit hoch und sané rückt dann ein und ach wir sind einfach so variabel geworden und was mir persönlich gefällt dass wir halt auch wieder ein bisschen durch die mitte spielen und auch ein paar schöne kombinationen haben und das wieder ein bisschen mehr wie unter fleck ja unter fleck auch gehabt teilweise aber wir haben unter fleck nie so die halbposition besetzt wie wir sie jetzt besetzen und das ist meiner meinung auch auch so ein bisschen das thema warum so ein sané nicht so richtig seine stärken ausspielen konnte und dann fliegt weil sie ist nicht dieser außenspieler wie komandos ist wo man sagt der rennt linie hoch und runter er ist schon mehr der der halbe auf der position und dann vielleicht auch auf die zehner position reinrückende spieler ich denke mal das hat man ganz klar gesehen in dieser hinrunde und da hat er seine stärken und wenn er dann noch bock hat wie er seine hinrunde getan hat auf die defensive dann ist er einfach weltklasse und da kommen wir zu meinem nächsten liebling sehr knapp wie der braucht sich einfach nur ein beispiel daran nehmen ja mehr muss er eigentlich gar nicht machen er hat fast die gleichen fähigkeiten jetzt vielleicht nicht so im dribbling nicht ganz so filigran und sowas aber wenn er noch ein bisschen bock hätte mit nach hinten zu arbeiten ja dann hätte es ein paar war leichter ja da muss ich den paar war mal ein bisschen in schutz nehmen habe ja oft genug drauf gehauen auch letzte saison aber man hat das ganz klar gesehen wo knabry hat nicht da war jetzt ja die spiele wenn dann dann kommen war oder dass er in bunda sada mal eingewechselt wurde oder sowas hat man halt ganz klar gesehen sobald dieser mittelfeldspieler ein bisschen nur ein bisschen mal mit nach hinten arbeitet und einfach mal mit dem gegenspieler mit läuft und ihn so halt zustellt ja er muss ja noch nicht mal sehen den zweikampf unbedingt rein und den zweikampf gewinnen er muss doch einfach nur mit laufen und nicht fünf meter mit laufen und dann sehen ach ich komme eh nicht in den zweikampf ich lasse ihn laufen und dann steht so ein paar war da immer gegen zwei ja es wurde schon ein bisschen abgefedert meines erachtens nach dass seine in verteidiger mit nach außen rückt dann rückt der andere in verteidiger auf die position und wenn von sie dann schon wieder hinten ist so schnell wie er ist rückt er dann auch ein ein aber dann hast du halt öfters das problem wodurch auch gegentore schon gesehen haben dass dann auch über die über die seite dann ja vielleicht zwei leute beim über von sich seite kommen und die position gar nicht mehr gedeckt ist klar sané arbeitet sehr viel mit nach hinten mittlerweile der ist dann versucht ein bisschen auszugleichen aber das könnte man in meinen augen halt einfach alles verhindern indem man als spieler wie ein sehr knappe mit nach hinten arbeitet was er heute getan hat beim spiel gegen woesburg aber ansonsten in der hinrunde hat man das so gut wie gar nicht gesehen und ich denke das war auch mit dem grund warum er dann auch eine zeit lang raus war nicht nur seine corona geschichte muss man ganz klar sagen also komande ackert mit nach hinten sané ackert mit nach hinten und knabry halt nicht musala ackert mit nach hinten ja spielt sogar auf 8 spielt sogar auf 6 ja und ich denke da bin ich ganz ehrlich sehe ich dann aber auch keine keine zukunft geschichte ja er hat noch einen jahre vertrag glaube ich kann man sein vertrag läuft 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 aus da liest ja jederzeit immer irgendwie ja ist schon weg nach barca nach real und was weiß ich überall kinsley ja gut kinsley ist immer viel verletzt das ist so ein bisschen das problem aber ansonsten muss er muss er in common halten wegen knabry wenn es wenn es rein um um die sportliche leistung gehen muss auch mal ganz klar sagen aber wer weiß vielleicht kriegt der nagelsmann das auch noch in den schädel von knabry rein das war ja auch schon in hoffenheim so wo er unter unterm nagelsmann gespielt hat dass er da auch mal so eine denkpause gekriegt hatte weil er da halt auch so defensiv nicht wirklich was gemacht hat ja schauen wir mal ich bin gespannt er muss vielleicht einfach mal die lust dafür entwickeln dass man halt auch mal aber dass es halt einfach geil ist auch mal einen zweikampf zu gewinnen in der defensiv oder da mal eine torchance zu verhindern aber gut wenn man so offensiv geist ist keine ahnung aber wie man da sieht ging es beim sani auch ja klar wir sind mal wieder aus dem pokal ausgeschieden liegt vielleicht an meiner pokal playlist ich habe ja vorher immer alles in einer playlist gehabt dann habe ich ja letzte saison gesplittet und da sind wir schon äh gegen kiel relativ früh raus diesmal in glattbach chancenlos und schlechtes oben vielleicht ähm aber soll ohne ohne scheiß soll die leistung unserer mannschaft nicht schmäler in der hinunter ja man darf halt auch nicht vergessen ähm dass noch ein turnier davor war und viele halt gar keine vernünftige vorbereitung hatten und ja was wir dann zwischenzeitlich für den lauf hingelegt haben und auch jetzt die letzten spiele wo man ganz klar gemerkt hat dass halt einfach diese belastung da ist ähm kann man gar nicht groß genug den hut davor ziehen auch wenn ich äh die spiele kritisch bewerte wenn sie leistung dann halt nicht so gut ist ähm das gehört halt einfach dazu aber das große ganze gesehen ja fantastisch einfach und dass du halt mal so ein spiel hast wie in in glattbach natürlich ist das nicht schön und auch nicht zu erklären ähm aber dass du mal so einen tag hast wie in augsburg zum beispiel völlig menschlich ne ähm also von daher für mich alles gut mir gefällt was ich sehe mir gefällt der weg den die mannschaft von entwicklung hernimmt oder nuggets machen ich bin sehr gespannt er hat jetzt noch nicht so wirklich viel zeit gehabt viel einzustudieren oder neu halten so zu machen wird er auch jetzt nicht ja vielleicht nach der saison ähm dass da mal ein bisschen zeit ist dass er noch mal ein bisschen mehr taktisch input bringt wo man halt sagen muss dass schon ganz gut die handschrift zu erkennen ist wie ich finde ähm ja vielleicht noch mal ein wort zu unserem ja ach so schwachen kader den wir haben weil die große diskussion äh vor der saison ich habe ja auch ein zwei positionen angesprochen gehabt wo ich handelsbedarf gesehen hätte sehe ich immer noch so der rechte verteidiger wo man jetzt sagen muss die letzten wochen war pavar äh wieder das was man von ihm sehen will ähm ja ich weiß nicht ob vorher irgendwie dann so ja keine lust irgendwie weil ich eigentlich in verteidiger spielen will hatte ich auch schon mal in den raum gestellt plus dann dass du immer ein spieler vor dir hast der dich im stich lässt ähm mit dem knabry das irgendwie so gepaart war mit weiß man nicht wer hat aber auch persönliche probleme gehabt oder sowas auf jeden fall die letzten spiele jetzt waren wieder eine ganz andere einstellung halt wenn er so spielt haben wir kein problem auf rechtsverteidiger position wenn aber so spielt wie wie ein jahr lang davor haben wir ein riesenproblem auf dieser position von daher sehe ich da immer noch handlungsbedarf selbst wenn du da nur irgendwie ja ein talent nimmst ich meine wir haben das dann ist hochgezogen ja muss man halt auch mal gucken wie das so weitergeht ähm war halt auch viel licht aber auch viel schatten wenn man ehrlich ist reicht dann auch nicht für große gegner kann auch nicht hat auch noch gar nicht die erfahrung wie es in pavar zum beispiel hatte aber ansonsten ja denke ich hat man gesehen dass ein magrocker funktioniert jetzt in den letzten zwei spielen ähm ja dass ein bildschatz funktioniert dass selbst ein brunasar wenn er nicht als rechter verteidiger spielt sondern als rechter mittelfeldspieler nicht so viel kaputt macht wie er wie er sonst kaputt macht ähm ich denke über musialer brauchen wir gar nicht erst reden ähm selbst ein tillmann den wir öfters mal gesehen haben hat man gesehen dass er das anlagen hat und ja ein toll ist so wenn er fit ist ja und wenn er mal wieder ein bisschen mehr mehr vertrauen in seinen körper kriegt ähm ja also ich habe keinen gesehen wo man sagt jetzt oh scheiße jetzt haben die da keinen mehr und dann läuft da so eine flaume auf mein kursong hat elf minuten gespielt das sagt auch alles dass wir darauf nicht zurückgreifen mussten sieht man halt auch dass der kader gereicht hat meines erachtens nach aber ich war da ja eh nicht so skeptisch wie die ganzen experten aber gut jeder wie er meint war gut ich würde sagen wir bewerten mal so ein bisschen oder ich bewerte mal so ein bisschen die einzelnen jungs ich hoffe ich kriege das so bei vielen hat man es ja im kopf aber bei vielen hat auch nicht so ganz mal gucken gehen wir bestimmt so eine auflistung gut ich denke über neuer ach guck mal geil über neuer gibt es gibt es nichts zu sagen eine ganz klare zwei ja hat keine ahnung eigentlich könnte sogar auf eine eins gehen also die zwei drei wackler die er mal hatte in seinen in seinen dingern ja wenn man das jetzt so sieht 24 einsätze nur 9 zu 0 ja aber das kann man ja nicht ihm vorwerfen muss man ja auch mal ganz klar sagen also neuer will ich nicht zwei geben ulle und christian können wir nicht wirklich beurteilen ulle hat immerhin einen einsatz gehabt ja verteidigung upa sehr sehr stark angefangen dann auch so ein bisschen jetzt eine schwächephase gehabt ich denke einfach auch mal ja bedingt dass man das auch nicht gewohnt ist unter diesem der leistungsdruck möchte ich gar nicht sagen aber unter diesem erfolgsdruck vielleicht der hat schon herrscht bei uns ist halt noch mal ein bisschen was anderes wie bei leipzig und natürlich auch die eingewöhnung und so weiter und so fort aber ich denke hat sein potenzial schon sehr sehr viel gezeigt ja auch seine schwächen hat man kennengelernt aber daran arbeiten und heute gegen den weghorst der jetzt auch kein schmaler typ ist hat das auch super gemacht aber er hat so zwei drei vier spiele gehabt wo er sich gegen so einen stürmer halt schon schwer getan hat was ich nicht ganz so getraut hat vielleicht ich weiß es nicht aber ansonsten ja ich mag ich mag ein upa ich bin sehr gespannt ich denke wir noch viel freude an ihm haben oma richards ich weiß gar nicht was dir diese einblendung ist soll das durchschnittliche spielzeit sein 12 28 oder was wahrscheinlich zehn einsätze 359 minuten das wäre drei minuten i don't know oder im letzten spiel oder ich habe keine ahnung leute frage mich nicht weiß nicht was die zart zu bedeuten hat oma richards ja macht für mich auf macht für mich einen guten eindruck wenn er reinkommt ja wir haben ein bisschen wenig gesehen von ihm ein bisschen wenig spielzeit wir sehen es ja hier 359 minuten bei zehn einsätzen hat seine vorbereitung sehr gut gemacht hat dann so ein bisschen probleme gehabt wenn er reingeschmissen wurde aber jetzt so die letzten einsätze von sie super vertreten meines erachtens nach klar ist es schwierig wenn es dann mal was weiß ich gegen irgendwelche granaten in der chemise die gehen sollte und er dann da spielen muss wenn von sie verletzt ist oder so kann man halt nicht ganz so vergleichen mit von sie damit hat auch auf der linken seite keiner sein der zwei positionen spielt aber quirlig agil immer am ackern immer rein in den zweikampf ohne kompromisse gefällt mir sehr gut wo sie sagen ich denke wissen sehr sehr guter backup von von sie wenn er von sie mal ausfallen sollte klar ist das nicht nicht dann so offensiv wie es mit von sie ist aber ja als verteidiger denke ich geht das schon bin ich sehr gespannt wie die entwicklung ist spielt zu mehr spielzeit ja schwierig wenn von sie fit ist wenn von sie da ist ist halt schwer auf ihn zu verzichten einfach aber vielleicht gibt es ja irgendwie dann in der rückrunde ein paar mehr pausen für fünf fünf von sie wenn es mal eher 230 steht oder so keine ahnung wird man sehen ich denke hat auf jeden fall potenzial hat da gezeigt angedeutet für mich ein solides solide einstand und für die bundesliga reicht alle male nikki ja nikki ganz stark nikki wieder zu alter stärke zurückgefunden ja wenn er so die so die die stärke hat ja gibt es nichts besseres in deutschland in der innenverteidigung meines erachtens nach ich habe so ein bisschen das gefühl und die befürchtung dass er trotzdem wechseln wird wäre sehr schade darum ich würde mich freuen wenn er bleiben würde und der nagelsmann scheint ja auch den richtigen zugang zu ihnen zu haben und ich denke mit den drei in verteidigern upa süde und hernandes haben wir auch keine probleme mit in der hinterhand nach und nähern zu auch wenn ich jetzt immer wieder lese antonio antonio rüdiger soll zu uns kommen ablösefrei ja ist wahrscheinlich so die wahl wenn der wenn niki geht ablösefrei war ich würde den tausch nicht wirklich haben wollen wenn ich ehrlich bin also niklas war bärenstark in meinen augen ganz viel ruhe am ball und so weiter alles was den upa zwischenzeitlich ein bisschen gefehlt hat hat er da ein bisschen mit ruhe reingebracht und ja ich denke was war schon wichtiger spieler und wird ein wichtiger spieler sein wie gesagt ich würde mich freuen wenn er verlängern würde benji hat schwer gehabt oder sehr schwankend sag ich mal aber jetzt so die letzten einsätze habe ich ein bisschen versöhnlich gestimmt weil wir da wir den benji sehen wie am anfang unter fliegt auch war ja ich ja schon gesagt habe ich rechne da ein bisschen auch den knabry das mit an über die seite wofür aber dann natürlich auch der trainer verantwortlich ist dass dann mal klar kommunizieren muss ja aber ja ich habe es ja gesagt die ganze zeit er war halt er hat nie versucht die flanke zu verhindern hat immer nur versucht den gegnern ein bisschen zuzustellen war nie im zweikampf präsent all das war die letzten spiele wieder da warum wieso weshalb jetzt auf einmal wieder ich kann es euch nicht wirklich sagen aber habe ich ja gerade schon gesagt ja wenn man noten geben würden ich würde ich würde eine drei geben weil einfach diese schwäche phasen die er hatte lässt das nicht mehr zu oma richards würde ich auch eine drei geben natürlich ist das eine andere drei man muss das ein bisschen unterschiedlich bewerten aber viel mehr einsatzzeit aber ich denke hier ist potenzial vorhanden nikki eine ganz klare zwei ganz ganz starke leistung er hat ab und wann mal einen kleinen wackler drin gehabt aber war für mich ganz stark ja wie gesagt die letzten spiele haben es ein bisschen milde gestimmt ich würde sagen eine vier mit mit aufsteigender tendenz eine gute vier wenn es auf dem weg weitergeht den er jetzt hatte ist auch auf einem sehr guten weg aber vorher muss man auch fairerweise mal ganz klar sagen und in 16 einsätzen man 13 kurz grütze das muss man halt auch mal ganz klar sagen von sie ganz stark für mich von sie ohne zwei da wollen wir drum herum reden hat sogar fünf vorlagen ganz stark ja zwischenzeitlich nach seiner verletzung und so ein bisschen probleme gehabt aber die letzten spiele auch alles wären stark hoch runter offensiv noch eine ecke ecke stärker geworden unter nagelsmann sehr sehr stark bunasar ja können wir nicht benoten oder 280 minuten und will ich auch nicht benoten ist halt wenn ich ihn als rechten verteidiger benoten müsste würde ich ihm immer noch eine sechs geben als rechter mittelfeldmann geht da kann ich so viel kaputt machen weiß ich nicht ist nur noch bei uns weil er bei uns so viel kohle verdient muss man fairerweise sagen was blenden die dann immer da hinten ein luki lucas hernandez für mich auch eine zwei erstens mal der spielstil gefällt mir einfach kompromisslos immer immer 110 prozent sein rumgeschrei hat er mittlerweile auch eingestellt auch wenn es ab und wann noch mal durch kommt aber im großen ganzen hat das eingestellt und spielaufbau ist ist auch dabei sich stark zu verbessern wie ich finde auch wenn es heute wieder ein bisschen zäh war aber heute war auch wenig 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 anspiele da wenn ich heute meine rede ich vom vf voice book aber so auf die ganze hinrunde gesehen finde ich hat er sich schon stark verbessert auch noch mal im aufbauspiel und ja traut sich jetzt auch noch mal ein bisschen tacken mehr zu auch einfach mal zu gehen wenn sich dann einfach einer fallen lässt was er sonst auch schon öfters über außen gemacht hat dass er dann auf links mal ausgewichen ist und da marschiert ist macht er jetzt aber auch schon durch die mitte sehr sehr gut für mich tangi ja ist natürlich ähnlich ne von einsatz zeiten her auch vorbereitung sehr stark wie ich fand dann wenn er reingekommen ist war er immer ein bisschen wackelig hat man immer so ein bisschen das gefühl gehabt so ein bisschen ein bisschen unbeholfen so nicht so das selbstbewusstsein aber jetzt die letzten einsätze klar waren immer kurzeinsätze 20 25 10 minuten 15 minuten aber wenn er da war selbstbewusst hat die kopfbälle locker weggepflückt in defensiven mittelfeld also hätten wir mal richtig starken gegner gehabt oder so hätten man richtig defensiv mittelfeld mann gebraucht wäre definitiv meine wahl nummer eins gewesen denke auf sechs werden super super spieler wenn er dann auch mal ein bisschen die spielzeit kriegen würde auf dieser position ja aktuell ist es halt leider so dass es bei uns nicht benötigt ist das muss man leider so sagen man sieht es ja daran der kimmich ist ist unser defensivster mittelfeld spieler und er ist auch nicht wirklich ein defensiver mittelfeld spieler ja aber es ist leider nicht anders nötig in 90 prozent der spiele die wir haben im jahr aber auch eine gute alternative der in verteidigung denke ich ich denke man sieht das potenzial und ja ist natürlich schwierig für ihn wenn du ein upa niklas und hernandes hast für zwei positionen in der innenverteidigung da auch noch spielzeit zu kreieren das ist natürlich ein bisschen bisschen schade für ihn weil ich denke er braucht halt einfach spielzeit um sich zu entwickeln selbe gilt natürlich auch für oma richards wird man sehen ob der nagelsmann vielleicht mal ein bisschen rotieren wird in der rückrunde ich denke um da vielleicht mal kurz auf einzugehen jetzt in der hinrunde ja denke er ist noch heiß der nagelsmann natürlich titel gewinnen die meisterschaft gewinnen gerade was auch die zehnte ist und so weiter und dass er da nicht unbedingt experimente machen will aber keine ahnung sagen wir kommen gut rein in die rückrunde kommen gut durch und keine ahnung haben irgendwie an spieltag 25 12 punkte vor jetzt mal irgendwie ein bisschen fantasiert oder so dann denke ich schon dass dann auch mal mehr durchgewechselt wird und ich denke man so die letzten spiele gesehen hat auch die letzten ein wechselungen und dass man sie auf die jungs verlassen kann denke ich wäre das auch kein problem in der bundesliga da auch mal ein paar den jungs mal ein bisschen mehr spielzeit zu geben in den augen note ja was willst du da auch bewerten ist wie beim oma richards ich denke wir schenken uns da eine note weil wir nur hier in drei gegen die u-bahn in drei ist das auch nicht gerechtfertigt aber bei den spielminuten die die jungs haben schenken wir uns eine benötigung ich sag mal so potenzial vorhanden potenzial vorhanden ja nicht wirklich stanisic definitiv potenzial vorhanden definitiv auch wichtig gewesen wuppa war verletzt war und auch wirklich noch mehr informativ war klar nach vorne hin schon stark stanisic hat natürlich auch den nächsten schritt gemacht aber teilweise dann hinten auch katastrophal aber teilweise auch sehr stark hinten so ein bisschen die konstanz hat noch gefehlt aber junger spieler der jetzt den nächsten schritt gerade macht muss man ihnen einfach auch zugestehen auch hier definitiv potenzial vorhanden auch da muss man mal abwarten wie es sich weiterentwickelt gut kommen wir ins mittelfeld käme ich ganz klar eine zwei gar keine frage also super super saison gespielt klar sein corona geschichten da hat es ein bisschen bisschen drunter gelitten ach so wenn man noch länger drauf hält kriegt man noch mehr statistiken okay wollen wir gar nicht lass mich zurück wollte ich doch gar nicht ach so das ist dann das video porträt oder ach ich habe keine ahnung kommen wir gucken auch mal kimi vielleicht finden was heraus was die zahl bedeutet ja bären stark ja bären stark auch auf der posi der lieder wichtige tore gemacht wichtige pässe gespielt für mich eine klare 2 koretzka ja wie ich eine 3 geben vielleicht eine 3 minus so ein bisschen kam nicht wirklich gut rein so die abstimmung mit käme ich war auch nicht so gut wie es mal war hat dann aber auch zwischenzeitlich wieder wieder viel licht gab koretzka aber auch sehr viel schatten muss man ehrlicherweise sagen aber wie wir messen ihn natürlich auch in einem hohen standard hat natürlich zwischenzeitlich mit verletzungen zu kämpfen gehabt und so weiter aber auch hier aufgrund des turniers vorher darf man das auch alles nicht so hoch hängen da sind halt ein paar schwankungen einfach einfach nicht nicht auszuschließen es ist gut dass er das das leon ein bisschen druck kriegt von von sabitzer gut hat jetzt noch nicht so viel gekriegt toll ist er so ein bisschen aber ich denke mal rock mark rock hat auch ein bisschen wird angedeutet q song brauchen wir gar nicht bewerten und was hat er ja für mich kein spieler der zu unserem verein passt punkt das ruhig weiter ausführen also ab jetzt da kann ich auch noch gar nichts zu sagen ja wenn wir die anderen nicht bewertet haben mit denen mit der einsatzzeit bewerten ihn auch nicht das potenzial vorhanden ist wenn man als kapitän von rb leipzig kommt sollte klar sein er wird in der rückrunde liefern müssen denke ich einfach mal weil ich denke mal rock hat gezeigt was seine qualitäten sind und koko war auch wieder besser drauf klaren koko ist oft verletzt das könnte ein vorteil sein ist auf jeden fall spannend wie diese drei sehe ich schon aktuell so ein bisschen auf einer ebene wenn ich ehrlich bin klar die beiden käme ich steht außer frage ist es ist der gesetzte mann meiner meinung nach leon muss ich auch wieder ein bisschen mehr anstrengen denke ich aber wenn er fit ist von der frische her ja geht auch kein weg vorbei am leon da müssen sie auch nichts vormachen aber er hat auch immer mit kleinen wehwehchen zu kämpfen so dass hier die jungs hier auf ein bisschen spielzeit kommen und ich persönlich wünsche mir wie ich ja schon seit anderthalb jahren plädiere dass mark rocker einfach mehr spielzeit bekommt ja wie wenig spielzeit er hat ich habe schon immer gesagt man man sieht die ansätze man sieht die fähigkeiten ich denke man hat jetzt in den zwei spielen die jetzt noch gemacht hat zum ende der hinrunde auch gesehen was für qualitäten er hat und wo seine schwächen sind keine frage aber mit der spielzeit hat man auch gesehen was für steigerungen möglich sind ja potenzial auf jeden fall da koko ja sind wir schon bei 658 minuten ein tor drei fordern 13 einsätze die sich gar nicht so schlecht hat schwer gehabt schwer reingekommen immer wieder verletzungen gehabt wurde aber immer wieder besser muss man sagen hat wieder ein bisschen mehr zutrauen ein bisschen mehr selbst vertrauen obwohl er die spielzeiten dann gekriegt hat hat auch ein bisschen das abgelegt dieses zurückziehen nicht dieses zutrauen im zweikampf da schaut er noch ein bisschen zurück was völlig normal ist wenn man sich seine verletzten ist einmal der letzten zwei jahre anguckt wenn er seine form hat ja und nicht auch auf sechs spielt sondern auf acht er kann er uns definitiv weiterhelfen und machten koretz gar richtig druck muss man ganz klar sagen weil er ist tor gefährlich ist auch ein spieler der immer mit rein geht in den 16er muss halt einfach das zutrauen in seinem körper haben und dann das ist so der unterschied zum leon leon geht halt rein indem man rein in den zweikampf und das ist was natürlich so noch so ein bisschen abgeht was aber schon wieder ein bisschen besser geworden ist ja will ich auf jeden fall einen tacken hinter hinter leon sehen leon hatten wir jetzt drei gesagt oder drei minus ja bin ich also auf das von der note dasselbe level stellen angriff jetzt wird es lustig ich fange mal mit levy an ich denke 24 einsätze 29 tore drei vorlagen sagt alles da können wir hat keine andere note wie eine 1 geben dasselbe bei sané 25 einsätze 10 tore 10 vorlagen ist für mich auch eine 1 ja vielleicht levy 1 mit sternchen aber sané ist für mich eine 1 allein was er defensiv geleistet hat und gleichzeitig offensiv ein traum einfach ein traum king ja man sieht 17 einsätze 5 tore zwei vorlagen 905 minuten ist jetzt nicht so viel wie immer leider ja wenn wir es jetzt vergleichen dafür hat er noch relativ viele einsätze wie man sieht dann auch viel weniger minuten ist hat immer wieder von verletzungen geplagt was ein bisschen schade ist wenn er über längeren zeitraum fit ist sieht man sein enormes potenzial ja auch dass er noch mal eine schüppel mehr drauf gelegt hat nach hinten hin hat er vorher schon immer mit nach hinten gearbeitet da jetzt unter nagelsmann noch mal eine schüppel drauf gelegt und nach vorne hin wenn er seine form hat ja sucht es seinesgleichen über außen ja muss man ganz klar so sagen würde ich so erst mal mit einer drei bewerten und ich hoffe king bleibt verletzungsfrei schon die musik um ich quatsch schon wieder zu lange ich hoffe king bleibt verletzungsfrei und ich hoffe dass sich einigen werden auf neuen vertrag ja ich bin auch da eher skeptisch wie beim süde leider weil ich einfach denke der fcb möchte nicht king in dieser gehaltsklasse hieven wie ein sané weil ein king halt einfach zwei drittel der saison verletzt ist ach zwei drittel ein drittel der saison meistens verletzt er macht meistens zwei drittel der spiele und wenn du verletzt bist dann hast du erst wieder eine ranführungsphase und so weiter du hast da nie so die top form wenn er nicht diese verletzungsanfälligkeit hätte ja würde es da keine zweifel geben denke ich ja von seinen fähigkeiten her ich sage ja er ist ein bisschen anderer typ wie sané sané ist mehr der dann auch mal gern durch die mitte und so kommt der king ist mehr der außen attacke macht ja ich bin schade auch hier wenn er wechselt aber da muss er auch ein bisschen realistisch sein ja dann muss er halt einfach mal ein zwei jahre mal mal fit sein und nicht irgendwie nur zwei drittel oder nur 50 prozent oder 60 prozent der spiele machen dann hätte er auch mehr argumente zu sagen ich möchte jetzt auf eine höhere stufe kommen schwierig 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 bin sehr gespannt ich mich würde mich würde natürlich freuen wenn er bleiben würde sehe ich aber kritisch wenn ich ehrlich bin schuppe können wir nicht wirklich beurteilen auch wenn man das mal sieht zwölf einsätze acht tore drei vorlagen bei 248 minuten kann ich ja fast gar nicht glauben also gleich her bin ich dabei wo die tor gemacht hat ja super ergänzung einfach eine super ergänzung kann es immer reinschmeißen wenn der levy immer irgendwie müde ist oder so ich denke da haben wir nichts falsch gemacht am anfang war ich ja auch noch sehr skeptisch aber mittlerweile kann man sagen haben wir nichts falsch gemacht so viel geld wird endlich kosten und ja dass er den ersatz geben kann haben wir gesehen völlig okay müller er müller auch nicht zwei jahre wenn wir die werte angucken 14 vorlagen in 25 einsätzen sieben tore also 21 tor beteiligungen ja wenn man sich näher 20 tor beteiligungen bei gleicher einsatzzeit gut ein bisschen weniger minuten gespielt ja auch bären stark für mich eine zweite müller wenn wir das coaching mit einbeziehen müsste man auch eine 1 geben ist halt so der der coachende spieler bei uns auf dem feld hast ja nicht ansonsten radio müller bären stark tillmann haben wir leider nicht so viel von gesehen kommen da gibt es gar nicht mehr karte haben in der vorbereitung ein bisschen vorbereitung ein bisschen gesehen ich glaube ein pokal spieler auch gemacht gehabt aber hat man auch das potenzial gesehen hat er sogar ein tor gemacht gehabt muss man einfach mal abwarten und ja so müssen sie alle brauchen eigentlich nicht sagen oder 22 einsätze sechs tore drei vorlagen bei 1889 minuten er einfach eine freude ihm zuzusehen ja muss man ganz klar sagen ballbehandlung er sucht seinesgleichen auch die tore die er gemacht hat da war jetzt keins irgendwie scheiße also ich bin sehr sehr gespannt aber wenn der junge irgendwie was wir alle wünschen nicht in eine große verletzung reinkommt oder sowas ja werden wir viel 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 freude noch an ihm haben wird auf jeden fall ein gesicht der zukunft bei uns sein ist und wenn man sieht welche position er spielen kann er spielt auf außen er spielt auch für zehn er spielt sogar auch für sechs also mega und das in dem jetzt gerade volljährig werden wir noch richtig freude dran haben trainer lagert man ja was mir gefällt ist dieses authentische und dieses nicht rumgeeier quasi das gegenteil vom flick der flick hat immer rumgeeiert bei irgendwelchen fragen bei pressekonferenzen immer so in floskeln rein und dieses rumgeeier dann auch hier mit dem bundestrainer job und sowas der nagelsmann ist da ganz anders wenn der fragen beantwortet auch zu irgendeinem spieler wie die chancen stehen und sowas der antwort an die antwortet halt einfach klipp und klar drauf aber auch immer in einem ja in einem normalen ton und mit mit sachlichen und sehr guten argumenten ganz großes kino zauber zemrud dino topmüller kann ich euch nur empfehlen haut euch mal das video rein auf dem fc bayern youtube kanal sehr interessant sehr sehr gut sehr sympathisch die beiden sind ja schon alte hasen wenn ja mit glück ist glaube ich auch neuer ist das nicht dieser video experte den er mitgebracht hat ich weiß es gar nicht so genau aber ich denke trainer team ja macht eine gute arbeit macht guten job und ich persönlich freue mich auf die rückrunde ja was damit zu erwarten in der rückrunde denke ja wie man es hier auch sieht meisterschale sollte drin sein pokal sehen wir schon raus könnte die chemise sieg pokal noch mit einblenden sie kann sie nie vorher sagen wir vier tagesform abhängig ich denke wir haben den kader um weit zu kommen um auch da dinge gewinnen zu können aber natürlich wird es da wieder davon abhängen wie die verletzten sind wie dann die form ist man hat es gegen paris gesehen hat so die wie dann ausfällt ist hat scheiße ja ich bin sehr gespannt wie gesagt wir haben alle chancen aber du kannst halt auch jederzeit jederzeit ausscheiden in der chemise siegen du brauchst nur einen schlechten tag haben ich meine jetzt mit hin und rückspiel kann man immer noch mal ein bisschen was aus bügeln aber wenn du einen richtig schlechten tag hast so wie in glabbach und irgendwie 5 0 mal unter gehst ja was ja anscheinend passieren kann was wir nicht hoffen dass es noch mal passiert aber klar bügelt das dann auch nicht mehr aus von daher schämen sieg muss man gucken aber wirklich können eine gute rolle spielen wir haben bisher eine gute rolle gespielt ich denke europa hat auch respekt vor uns glaube nicht dass es unbedingt eine mannschaft gibt die sich freut wenn sie den fc bayern zu gelost bekommt und denke das ist immer ganz gutes zeichen und ja ich freue mich drauf auf die kommende rückrunde auf die kommende champions league rest saison und ja wir haben sehr sehr gute spiele gesehen bisher ja jetzt zum schluss ein paar schlechtere was heißt schlecht schlecht ist immer in anführungsstrichen zu sehen ja das soll es gewesen sein heute ich freue mich drauf ich freue mich auch wenn wenn wir erst mal die das ja rum haben und dann weil ich dann auch noch mal eine vernünftige vorbereitung haben werden und man dann noch mal ein bisschen mehr die handschrift vom nagelsmann sieht und wenn dann noch ein bisschen mehr die abstimmung da ist mit dem opa hinten ja und sich dann mal mehr so der leader in der abwehr vielleicht noch mal rauskristallisiert weil ich habe schon das gefühl dass der opa sich das noch nicht so zutraut wie auch wenn er gerade neu ist muss man mal alles abwarten aber ich denke dann werden einige spieler oder unsere ganze mannschaft noch mal einen schritt nach vorne machen und wenn man sieht wie gut wir schon teilweise gespielt haben jetzt in der hinrunde kann einer schon angst machen und jetzt nicht aber unseren gegnern vielleicht in diesem sinne leute lasst mir gerne kommentar da wenn ihr irgendwas anders seht oder wenn ihr es genauso seht rot weiße grüße gehen raus das wichtigste bleibt gesund und sehen uns in der rückrunde oder hören uns in der rückrunde wieder haut rein bis dann tschüssi